jo was geht meine freunde selbe wieder am start heute mal wieder mit ark survival evolved so letzte folge hatten wir ja ein bisschen beef mit so einem dino und diese folge möchte ich jetzt einfach mal gucken dass ich das haus mal zu ende krieg so diese grafik bugs schon bleib weg dino bleib weg bleib weg von mir jetzt wollte ich mal schnell gucken für die wand was brauchen wir das ist die tür ja du kriegst was zum fressen ist okay das ist gut gegessen bis satt alles klar perfekt hier halt schnell level ab machen und zwar machen wir jetzt einfach mal nahrung hoch die punkte heben wir auf und gucken jetzt erst mal was brauchen wir für die wand stroh holz und fasern okay 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 so jetzt sammeln wir einfach mal voll bis wir überladen sind so alles klar hammer okay nice aber mal noch ein bisschen holz und fasern so fasern 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 so ich höre hier was ich höre hier was so hammer perfekt so so solltet ihr jetzt irgendwie geräusche hören äh so wo nicht mit dem spiel zu tun haben bei mir ist gerade der sturm des grauens und die jalousien hier an meinem ja machen halt komische geräusche hier so ja ihr wisst wie was ich mein oh oh bleib weg von mir bleib weg lass mich in ruhe okay okay aber da ist nochmal ein dino ah shit muss jetzt erstmal essen damit ich meine dass ich wieder laufen kann so jetzt ist aber das problem wo habe ich meine hütte gesetzt da hinten wo gerade dino hinläuft oh nein machen wir erstmal ein paar wände so das dürfte für das erste mal reichen ist der dino weg hier bitte 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 dino sei weg ja jetzt kann ich löst nochmal von vorn ich gucke mal auf der karte wo ich gerade bin naja die karte sagt mir ja voll viel ne scheiße kann wieder nicht laufen scheiße da muss ich jetzt was fallen lassen lassen wir mal die steine fallen halt stein so die kiste tun wir weg und tun die strohwand rein alles klar steine können wir nochmal holen ich bin so ein idiot ne ich bin so ein idiot hier machen wir die türe rein so jetzt kann ich auch wieder springen perfekt nice okay 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 so und die steine mit oh 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 ich glaube der will nichts von mir der ist auch nur level 3 okay ich könnte den ja mal angreifen der ist ja nur ein level 3 ne ich bin lieber ein bisschen vorsichtig okay das heißt nochmal sammeln gehen kann man uns vielleicht eine kiste machen da brauchen wir stroh stroh zack zack und zack was ist zeug hält so und eine kiste hätte ich gerne so ist die kiste fertig ja die stellen wir da drüben hin so da tun wir jetzt erstmal rein die beere und feuerstein und stein beere und beere so so jetzt gehen wir noch oh kann man eine fackel schnell machen das wäre es natürlich perfekt feuerstein und stein brauchen wir dafür alles klar dann holen wir halt schnell feuerstein wieder zurück und stein da haben wir uns schnell eine fackel okay und dann tun wir wieder feuerstein und stein rüber okay feuerstein und stein so das sieht ja schon mal gut aus so so stroh hammer gehen wir mal weiter gucken ja die ist kalt ist okay komm mal schnell hierher gut der tut mir nix das ist schon mal gut ich brauche mal eine spitzhacke spitzhacke und dafür brauchen wir einen stein guck mal ob wir hier irgendwie was sammeln vielleicht sammeln wir ja hier irgendwo schnell ja perfekt da haben wir einen stein so muss es doch sein dann habe ich dich jetzt angegriffen wo rennst du denn hin hier geblieben komm bleib hier komm bleib hier bleib hier bleib hier ja dann hau halt ab ist okay weg ist er und ich finde wahrscheinlich mein haus nicht mehr schluss sooo gut dann können wir ja gucken ob wir schon eine wand machen können ne brauchen einen rahmen einen rahmen kann man gleich herstellen und eine Türe kann man herstellen. Strohwand. So. Du hast Hunger? So. So. Du bist überladen. Ist okay. Wo ist mein Haus? Ah, da vorne steht's. Hier. Perfekt. Ich höre hier schon wieder was. Ah, das war bestimmt bloß ich. So, jetzt gucken wir mal in die... Hier kann man die Strohtürrahmen reinmachen. Ähm, wo... Hä? Ach, hier. Oh Gott. Habt ihr das gerade gesehen? Das ist Erdbeben oder was ist wahr? Ähm, Strohwand. Strohwand. Oh, jetzt wird wieder Tag. Perfekt. Zack, 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 zack. Jetzt brauchen wir noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Stück. Acht Stück brauchen wir noch und dafür brauchen wir dann 80 Stroh haben wir, 16 Holz haben wir und 35 Fasern. Jetzt beruhig dich doch mal. Du kriegst gleich was zum Essen. Jetzt bleib mal cool. Oh ja, dann friss hier. Da hast du jetzt genug gefressen. So. Ja, Level verfügbar. So, das dürfte jetzt eigentlich reichen. Machen wir die Türe wieder zu. Und machen erstmal achtmal Wand. Okay. Okay. Zack. Okay, okay, okay. Amo? 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 ok und rein da dich brauchen wir jetzt nicht mehr jetzt machen wir noch schnell das Dach bzw. das was wir machen können können wir überhaupt was machen nein weil uns dann Fasern fehlen Fasern und Stroh egal wir sind schon mal ein gutes Stück vorangekommen wieder da oben fliegt wieder ein Dino wir sind wieder ein gutes Stück vorangekommen das ist schon mal gut und genau hier an dieser Stelle machen wir dann das nächste mal weiter denke ich mal dass wir dann das Haus vorher fertig kriegen und dann können wir uns auch mal ein bisschen auf den Weg machen und die Landschaft erkunden ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja dann wisst ihr Bescheid und wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder macht's gut, haut rein, ciao ciao